Hallo Herr Wald. Hallo Herr Baum. So, Herr Wald, Herr Baum. Da hinten ist was. Genau da. Oh, das ist ja geil. Ein Mähdrescher. Kann man dich fahren? Das sieht aber geil aus, muss man sagen. Das ist doch nicht mein Ernst, Alter. Ich laufe irgendwo in der Weltgeschichte rum, komme ich wieder hin? Ich komme wieder Ende der Map an. Was ist denn das? Das ist wie bei den Hauptspielen. Das ist doch eine Verarsche. Mann. Warum passiert mir sowas dauerhaft? Okay, ich traf doch in die andere Richtung. Warte mal, woher war da? Dahinter. Wir laufen doch mal da lang. Ich denk... Das muss doch irgendwann mal was sein. Vielen Dank. Okay, da kann ich wegen sicher sein, hier hätten keine Spieler sonst. Zack, sie sind immer nicht so laut, zack, bumm, tot. Aber ist ja irgendwie eine Verarsche. Das ist eine Open World Map. Das Typ redet jetzt immer an der Ende der Map jedes Mal. Das Typ redet jetzt immer an der Ende der Map. Oh, jetzt ist der Typ auch noch krank. Jetzt Sonntag. Mann, warum passiert mir alles sowas? Ich schwöre nie mehr. Ach ja. Na ja. Na ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es wirklich nur auf der eine einzige Stadt? Gibt es wirklich schon mehrere? Aber ich denke mal wieder so blöd und finde die... Na logisch, weil man sich nicht auskennt auf der Map. Hat die Klappe, alter. Wenn nicht so, ob du krank bist. Ich will ja nur ein Haus, Mann. Ich will was für looten. Was ist das? Oh, ne. Die Bäume. Ich will nur eine kleine Stadt sehen. Das ist Sonntag. Ja, ich weiß, du hast Pollen noch genau. Mal klicken. Ich filme mir ein paar an von dem Spiel gerade. Mir sieht es schon mal so weit schlecht, nicht schlecht aus. So viele Bäume. Oh, extremer Wind. Jetzt Sonntag. Ja, ich will ja schon ins Haus reingehen, dass ich auftauchen kann. Aber ich finde es kalt. Weil du keinen Kompass mit hast oder keine Karte, kann ich ja nichts dafür. Ich mache es auch mal. Ich kaufe Klappe. Ich nehme es die Karte. Ich nehme es die Karte. Ich nehme es die Karte. Das ist die Karte. Mahlzeit Das ist doch keine Frau aus Das ist doch Untertitelung des ZDF, 2020